Und seien sie nur wie in den Vereinigten Staaten, ohne anscheinende Gewalt, ohne die Mindestaufstrengung. Alles so herrlich gedeckt, wie glücklich und wie ruhig man dort ist. Es kommt lediglich davon her, dass dort der Wille und das Interesse der Nation herrscht. Gestesiege des Selbergouvernement in Streit mit dem Willen und den Interessen des Volkes, so sollten sie beide dann liebend sein, der der Hans entstunden, welches hin und herzlichen, welcher Unruhen, welcher Bewährung und für nämlich welches zunehmende Verbrechen. Mehrere hätten, als ich so mag, gelangt, gewünscht, dass ich ein zweiter Washington werden mag, oder größten freilich nicht wie und diejenigen, die es nun so leichtend gesagt hätten, könnten weder seiten noch Orte, noch Menschen, noch den Standorten. Wäre ich in Amerika gewesen mit Streit und wäre auch ich ein Washington geworden und hätte eigentlich, wenn ich den Dienst dabei gehabt hätte, dann sehe ich nicht direkt ein. Wie man hätte anders handeln können, hätte aber Washington sich in Frankreich befunden. So hätte ich gewählt, dass er bei jener gänzlichen Aufstieg im Innern und dieser Bekämpfung gewonnen hat. Nicht, dass er selbst geblieben wäre, ohne wenn er es doch gewollt hätte. So war er ein Dummkopf gewesen und hätte nichts als die vierte, den er groß drein gesagt, damit bewirkt. Ich konnte nur ein Gekonter Washington sein, konnte es nur mitten in einem Verein von Königin, von Überzeugten oder der Komit beherrschten Königin werden. Dann erst, und nur dann erst, dürfte ich mit dem glücklichen Erfolg seiner Massikung, seiner Uneigentlichkeit, seiner Weisheit sein. Aber dahin konnte ich nur stückweise unter eine allgemeine Diktatur gelangen. Ich habe sie mir so erringen gestritten. So kann man mir das zum Verbrechen machen. Glaubte man wirklich, dass es unbemenschliche Kräfte erfordert, sie niederzulegen? Sie lässt sich so damals wohl verwerfen, da ist er unter deinen Verwünschungen. Das wollte er so entsagen. Was hätte wohl mich da wohnen? Aber halt den gränen Mikkel, der dabei nicht so ernten hätte. So musste ich siegen. Ach, wie viele werden noch der reinste meiner Unglück und meinen Fall bedauern. Aber fast noch nicht gereist war vor der Zeit von mir verlängern, vor gemeiner Dummheit. Und ebenso, wenn ich konnte, ich es im Voraus entkundigen. Und wer sprechen will, hätte es natürlich für bloße Worte, für Aufschneiderei gehalten. Und das war nicht meine Art. Ich wiederhole noch einmal. So musste ich Sieger sein. Ein anderes Mal. Als er vor zwei stehen blieb, sagte er. Was ist nun so eigentlich, diese arme menschliche Maschine? Auch kann ich eine Aussicht sein, die sicherlich sein Inneres, dass nicht von anderen verschieden wäre. Und um diese Wahrheit nicht auch erkennen zu wollen begeht. Man, so viel Fehler wäre dieser Tobias ein Brot ist. So hätte er Sieger den Tod gegeben. Und wäre er ein Äsepsel, würde er vielleicht jetzt der Ratgeber des Gouverneurs sein. Als ein frommer und eifriger Christ trug er seine Ketten und segnete sie im Angesicht Gottes, der arme Tobias. ist so eine chronische Rekord ist weit. Bei allem, dem sprach er dann weiter, bleibt die Tat nicht minder grässlicher. Denn auch dieser Mensch hatte seine Familie, seine Freunde, sein Leben, das ihm angehörte. Man hat ein abschädliches Verbrechen verhübt, ihn hier unter der Last der Slaverei sterben zu lassen. Auf einmal blieb er stehen und sagte, aber ich lese in ihren Augen. Sie denken, dass er nicht das einzige Beispiel dieser Art zu Sankt Helena ist. Und sei es nun, dass es ihn beleidigt, sich mit Tobias in parallel zu sehen. Oder dass er glaubte, mein Mut bedürfe einer Erwebung oder was es sonst sein mag. Er führte jetzt mit Majestät und Firma fort. Ah, mein Lieber, es lässt sich hier bald durch Hause sein. Bergreich Einstein ist hier das Tentat noch groß. So hatte man dem Opfer auch noch andere Versuche gelassen. Man hat uns nicht körperlichen Matten unterworfen und wollte man es auch versuchen. So hätten wir ja noch so viel Geist, um uns Peiniger zu überlisten. Unsere Lager hatte selbst noch wenige Reise. Die ganze Weite steht auf uns. Wir sind die Mathe. Einer uns der blicken Sacker. Millionen von Menschen beweilen unser Schicksal. Das Wartelandsfeust und der Ruhme ist in Trauer. Wir kämpfen hier gegen ein Schicksal, das uns die Götter und verlegen und die Wünsche der Volkes Sinn und Kunstig. Hier hielt er einige Kunden inne. Dann sprach er weiter. Meine Weilenleiten sind nicht hier. Wenn ich nur an mich gedacht habe, dann konnte ich mich wie Leike sogar glücklich schaffen. Außer das Ungrück hatte da. Ja, seinem Heroismus und seinem Ruhm. Ein widerwartiges Lus fällt meinem Leben. Wird ich auf dem Thron in den Volken meiner Allmacht gestorben, dann würde ich vielen Menschen unerklärlich geblieben sein. Jetzt ist der Darker Seil. Meinem Ostern wird man den Ohnenholer verheilen können. Und dann wird man den Ohnenholer verheilen können. Untertitelung des ZDF, 2020